Willkommen meine Freunde, ich bin CreeperJer und heute mit einer Folge von LOL. Mit uns dabei, so wie jede Aufnahme, unsere lieber Chris, Servus. Oh, hoi. Dann haben wir noch unsere Gandalf, der Sauron. Servus. Und der Dominik ist auch gleich da, Servus. Wenn er kommt. Wenn er kommt. Ja, da ist er doch, jawohl. Und auch mit uns dabei, leider nicht mit uns im Spiel, unsere Freund Tom, Servus. Der sich gemütet hat. Hallo, Übung. So, haben wir schon dabei, mir kann ich eigentlich schon vorstellen, was ich meine. Haben wir schon alle da hocken. So. Oh, er ist da und gleich bei 70%. Ja. Komm schon, lade schneller, Mensch. Oh, der Kartus, also der Kachtus. Die Freiheit-Statue ist auch da. Der Kack und der Tuss. Hm. Naja, soll machbar sein, sollte man es schaffen. Ja, sind wir, wenn die gepusht wird, ey. Ja, da gehst du voll auf Leben und auf Schaden, dann passt es ja auch. Keine Ahnung, auf was ich gehen muss. Naja, das ist ziemlich stark. Der Garen. Und ich spiele mit Zed, Alter. Oh, Gott. Ich hasse den Charakter. Jungs, aber auch jedes Mal's Zeit, wenn wir Aram spielen, oder? Ja, aber ich hasse den Charakter, Alter. Mir wäre lieber Gene oder Riven gewesen. Kein Problem, aber nicht Zed. Oder Garen wäre auch mir auch schlecht gewesen. Man, aber keine Säte. Naja, come, ich hab nicht so ein Glück wie du, weißt du, dass ich ständig einen scheiß Lieblings-Charakter krieg, weißt du? Ich kann auch nicht, dass du dann dreimal wieder eine andere Artrocks kriegst, da kann ich auch nichts dazu. Ne, das war jetzt das erste Mal, das hast du vor drei oder vier Wochen, ja, hast du so viel mal Artrocks dran gedacht. Ja, aber davor konnte ich auch dreimal wieder einen Charakter krieg. Ja, aber Sven ist schlecht, Alter. Säte, wenn du dir wirklich weißt, in der nächste Jahr eine scheiß EZ besorgst, Mann. Weil es kommt so verzett an die Stimme drüber und so verkackt, ey. Mann, das ist richtig gaga. Ja, Ende des Monats krieg ich eh mal ein neues Säte. Ja, lieber Offen, Alter. Seid das jetzt zwei Monate, Mann. Und nichts ist geschehen. Aber egal, jetzt wenn wir spielen. Boah, Dome bei dir schon eingeblieben auf 67 Prozent? Ja, weil ich die Vergnung des Playerstellen lasse. Ja, was ist mit dir los, Alter? Bei mir ist Dome auf 100 Prozent. Ne, bei mir 67 Prozent und der oben ist auf 84 Prozent. Sonst sind wir alle geladen. Und ich hab einen Bing von 28. Sehr schön. Ich hab da vorhin einen Bing gehabt von 600 und noch was. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich jetzt mal losgehen würde, weißt du? Weißt du, was richtig mies wäre? Man hört nur Scheiße, Alter, von dir. Weißt du, was wichtig wäre? Boom. Wieder Stille, dann wieder... Und dann wieder was anderes. Komm, richtig voll abgestoppt. Immer noch 84 oben und 67 vor Dome. Komm schon. Ja, Leute, dieses Mal wollte es wieder ein bisschen lang sein. Oh, der obere ladet. 100 Prozent. So, jetzt nur noch Dome. Dominik. Dome? Ja? Guck mal, was dein Arm... Nicht, dass dein Arm schlauverreckt ist, ey. Ich gebe dir was zum Essen. Wow, es geht los, Alter, ich glaub's nicht. Was soll ich mir jetzt für den blöden Zett, ey? Ich hab keine Ahnung, was ich mir wollen muss. Ich glaube, ich stehe nur auf Leben. Leben, 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 Leben. Sollen wir schon mal denn da? Leben, man. Ich lauf schon rundo. Ohne euch. Du, 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 dumm. Willkommen in der heulenden Schlucht. Ja, ja. Willkommen, willkommen. Ah, da kommt... Oh, da ist schon einer. Sehr schön. Bestimmt in der Inträge bist du auch noch jemand, weißt du? Oh, da kommt was. Da kommt was. Du hast ja Bagenstall da. Bin paralysiert. Ja, mein Kill, Alter. Ich hab auch einen. Ja, komm, noch Leben. Die Minimum ist gleich kaputt, ey. Da kann man den schon erstumpfen, schon ein bisschen. Ich fange jetzt wieder da. Ich fange jetzt wieder tief auf. Ich brauche noch vier Sekunden vor meiner nächste Attacke. Nein, ich wollte abhauen, dann bin ich trotzdem noch gestorben. Jawohl, ich hab einen Asis bekommen. Dann nehme ich den, damit das schneller laden tut. Oh, die haben echt die Minions verhindert, ne? Die Minions. Die sehen so rosa und lila aus. Nein, ich habe noch nie gespielt. Nein, ich habe vergessen, dass die Freiheitsstatue noch da lebt. Oh je, meine. Nein, egal, was passiert. Ist doch wurscht. Komm, Zauron, geh vor. Elf der Dome. Pass auf, hinter dir kommen noch zwei. Jawohl, eine Stau. Pass auf, rein, dass du nicht gestorben hast. Ich weiß es nicht, Alter. Ich glaub', das ist so, 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 so eine Easy- Ich fände es gut. Mein Leben, mein Leben, mein Leben Noch neun Sekunden Oh, scheiße, ich komme mir Ich sterbe Oh, aber egal So, dann guck mal, was wir da brauchen können Ja, jetzt brauche ich noch den da Das habe ich ja schon Das ist mir Schnuppe Ja, hol mal Ein automatisches Ding billiger Habe ich den richtigen gekauft? Ja Oh, jetzt sind sie aufgewacht Dome, mein Leben hinter dir Wuuuuh, Alter Checkbot Jawohl Danke, Leute, für eure Unterstützung War gut Komm, wir nehmen den Skill vor, ich komme mit Wie sollen eigentlich alle stehen? Oh, ich gehe mal kurz zurück, Leben holen Haben wir da hinten noch weiter Leben? Ne, keine Leben mehr da Jetzt kommen sie, jetzt sind sie alle da Ja, ja, die haben nur gewartet, dass alle da sind Und jetzt bin ich gestorben, sehr schön, aber egal, ich habe die Freiheitsstraße noch mitgenommen So, 2.041 Bund Äh Jetzt zieh ich zurück Jetzt muss ich doch einfach Okay, lass uns doch kämpfen, der junge Mann Ich weiß nicht, Alter Ich weiß nicht, Alter Wollte ich das sagen, sehr schön Du kriegst ein Leben, schnell Mein Leben, dann kriegst du nicht Wir kommen zu späet Wir kommen zu späet Ich wusste es, du blöder Turm, Alter Der von mich kommt Und tot Schlimm Dann gehen wir jetzt auf Leben Und ich bin Auto Da bin mir egal, ich habe die Freiheitsstatue wieder So, jetzt gehen wir mal kurz auf Lebensraub Und dann Gehen wir jetzt weiter auf Leben? Ja Achso Äh Äh Da habe ich jetzt Ähm Wo bin ich denn? Ich brauche noch ein bisschen Kohle Ich habe 6, 5, 16, Alter Ist doch schon 16, ach 2, 0, 19 Du bist doch unser Lollenspieler Was ist los? Ja, gell Was habe ich? Auf dem Charakter Kann ich einmal das Spiel besitzen Oh, ich habe schon 16 Kills, Alter Was ist da los, ey? Die Kills, die du gemacht hast Und wahrscheinlich alles meine Assists Ne, ne Ich habe ein Vierfachdoto Alleine geschafft Ja, mit meinen Assists Ne, ne, ohne Assists Das waren alleine Das ist es ja Da stand dort Vierfachdoto Doppeltötung Doppeltötung, haha Oh Leute, das Leben Alter, das ist eine easy Runde Wir haben seit langer Zeit mal wieder, ne Ja, ja Ah, ich lege immer nur auf die Kosche hin Ah, nicht immer So, jetzt brauchen wir 1.300, 2.400, ne Mir egal, siehst du Ey, nochmal 2 gedetet Ach, ich habe wieder Kohle Sehr schön Und nachher will ich mir noch 10 Brauche ich noch 2, 3 Ach, egal Mach ich noch 2, 3 Aber Oh, Sarun, du stirbst Das ist schon mal Aber die Minus sind jetzt richtig geil außer Ja, der ist ein Standmächter Minus Zeichen Und ist ne Und das Leben und das Leben und das Krimp Unnies国 Gena, schenkt denen nichts Aber nehmt ihnen alles Ja, das war ein Struck von 300 Ich hab mal die Qs geklaut, ey. Geh! Oh, ne, Witz! Das ist Teamplay, ey! Oh! Oh! Ich komm zu dir, zauro, ich helfe deine Tom, da. Oh, Alter, ich bin ein Zerstörer! Was ist denn da los? Na ja, jetzt können wir uns das hier... Mehr brauchen wir grad nicht. Nicht gegen die. 5, 0, 28. Na ja, du bist gut, Alter. 9, 7, 25. Ja, dann checken wir mal. Wenn ich einen fast tot hab, ey, dann kommt eigentlich einer, dann staubt immer ab. Das ist ja ein komischer Chio. Was, Alter, was du Laber, was du Sau, Alter! Mach ich doch gar nicht! Ich doch nicht! Est! Was glaubst du denn du, Mann? Easy peasy! Aba! Mach's kaputt! So! Das war's, meine Freunde! Mit Rüller von LOL! Mit Chris, Tome und Sauron! Danke, dass ihr mitgemacht habt! Jopp! Jopp! Und bis zum nächsten Mal! Ciao!